Und damit moin moin und hallo am Samstag. Wer weiß, wie Deutschland gespielt hat? Ich auf jeden Fall noch nicht, denn ich habe das Ganze hier schon vor zwei Wochen aufgenommen. Heute spielen sensationell drei weitere, äh, nee, sechs weitere Mannschaften. Das heißt, um 14 Uhr fängt es an mit England gegen Panama. Tja, magische Miesmuschel, bist du bereit, etwas vorherzusagen? Das sag ich dir morgen. Demnach wird England gewinnen? Davon träumst du wohl. Was? Panama soll das gewinnen? Keine Ahnung. Tja, ich glaube, die magische Miesmuschel ist sich nicht sicher. Könnte auf Unentschieden hinauslaufen, oder? Mir egal. Tja, wenn es ein Spiel gibt, was der magische Miesmuschel total am Arsch vorbeigeht, dann ist es England gegen Panama. Um 14 Uhr. Gut, damit geht es weiter mit dem nächsten Spiel um 17 Uhr. Japan gegen, egal, äh, Senegal. Sorry, irgendwie habe ich mich da gerade verlesen, beziehungsweise die magische Miesmuschel hat mir reingequatscht. Gut. Japan gegen Senegal. Magische Miesmuschel. Wird Japan gewinnen? Sieht nicht danach aus. Also meinst du, Senegal haut das Ganze weg? Freilich. Demnach ist es klar, Senegal gewinnt, Japan verliert. Und zum letzten Spiel in diesem Spieltag 2. Polen gegen Kolumbien. Um 20 Uhr am Sonntag. Magische Miesmuschel, sage mir. Polen gewinnt das Ding doch, oder? Auf keinen Fall. Du meinst, Kolumbien haut die Polen weg? Ja, ja, das heißt Leckmisch an der FUT. Das heißt, ja. Kolumbien gewinnt, Polen verliert. Damit habt ihr's. Das war der zweite Spieltag. Ich werde jetzt kurz noch mit der magischen Miesmuschel den dritten Spieltag prophezeien. Ähm, das hört und seht ihr aber morgen, beziehungsweise sehen eher weniger. Gut, wir sind jetzt bei einer halben Stunde Aufnahme. Ich sage Tschüss. 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 Tschüss.